truck was geht leute salame alaikum ich schau die ganze Zeit mein Kommentare und das Einzige was ich sehe minecraft minecraft ok minecraft mit berkoli So, wir sind jetzt drinnen in Minecraft und Berkuli und ich, wir haben eine Mod gefunden. Diese Mod ist so ein Ding, Berkuli kann sich einfach zum alles verwandeln, was der Typ will. Also der Typ kann sich jetzt einfach zum alles verwandeln. Der kann Creeper sein, Iron Golem sein und der muss mich einfach jagen jetzt und ich muss einfach überleben. Ja Leute, ich bin da und Umut, du bist 10. Aber bitte aufhören gerne, aufhören. Ich werde es dir nicht leicht machen, sagen wir so. Ja, auf jeden Fall Leute, also Berkuli versucht mich jetzt zu jagen. Ob er das schaffen wird, ist was anderes. Aber ja, wir spielen jetzt auf jeden Fall einen sehr komischen Minecraft und der versucht mich halt zu jagen. So, auf jeden Fall erstmal hier noch ein bisschen. So, auf jeden Fall, wir haben jetzt hier Crafting-Ding. Erstmal, wir brauchen hier Spitzhacke für Dings. Ich muss Schwert machen, Bruder. Ich muss irgendwie mich verteidigen, Bruder. Umut. Ja. Wo bist du? Ich weiß nicht. Hier haben wir schon mal einen Stein, das ist schon mal sehr gut. Ah, nein, nein. Hä? Was ist los? Keine Ahnung, Digga. Ey, der... Ja, okay, Tarn am stark, Digga. Okay, warte, 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 warte. Ah, nein, nein. Hey, Digga, ich warte auf, Digga. Was ist denn, Digga? Ich habe es noch nicht mal gefunden. Klar warst du. Der wirft mir einfach Eier, Digga. So, wir haben jetzt Schwert, das ist schon mal ein guter Anfang. Aha, okay, Tarn. Hä? Zieh. Hä? Hä? Okay, Digga, schaffe. Ah, F***, Digga, ich brauche Dings. Ah, nein, nein. Egal, was ich jetzt... Bruder. Ey, 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 ey. Hormut. Ja? Du bist nicht alleine. Ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Warte, komm, geh weg. Hä? 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 Hör auf damit. Guck mal den an, Digga. Auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, der Typ jagt mich, aber auf andere Weise. Boah, jetzt habe ich Paraneu, Digga. Ich muss essen, Digga. So? Hä? 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 Ja, Arsch, lieber. Das ist noch gerade gar nichts am Anfang. Ja, Bruder. Ich versuche doch. Bruder, gibt es hier nirgendwo ein Village oder so? For real, Digga. Ein Village wäre es, Baba. F***, Digga, Wallah. Der verfolgt mich. Ey. Ja. 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 Ach, da. Ey, Digga, komm, Digga. Oh, Mann. Oh, Mann. Du kriegst dich gleich, Humot. Du hast Glück, dass ich als Pferd kein Wasser mag. Ja. Guck mal, Digga. F***, Digga, ich muss was essen, Alter. Hier muss ja irgendwo... Ach, verdammt, Digga. Guck mal, Digga. Wack. Wack, geh mal, rennt, Digga. Hey. Geh, rennt, Digga. Hey. Geh raus. Der kommt nicht raus. Ja, warte, ey. Ich muss was essen, Digga. Chill. Digga. Chill, ich steige, Mensch. Humot, du bist von nichts sicher. Ich weiß, Bruder. Ich stehe. Ich merke es schon. Komm, ja, schnell, Digga. Ich kann noch nichts machen, Digga. Ey, Humot, ich sehe hier draußen einen Villager, der verkauft Fleisch, also... Wallah? Als guter Tipp, ich will dich nicht nur auslandern, Digga. Wo? Aha. Hä? Zeit wann hast du ein Villager, Digga? Ich kann... Hä? 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 Humot, nicht alles ist auf deiner Seite. Merkt ihr das? Tamam, okay? Ey, komm mal ab, komm doch, Digga. Land, oder? Komm mal, Land. Einfach Villager, ich schaffe jetzt ein Ding. Egal, es ist nicht. Egal, wir haben hier wenigstens eine schöne Village. Wir nehmen mal das mit. Einfach so, aus Flaks. Aha. Ah, einfach nichts, Digga. Geil. Ich schaffe jetzt einfach Paranoia, Digga. Der Typ könnte einfach alles sein. Paranoia. Hä? Hä? Ey, Bruder, geh mal weg. Ich bin grad gar nicht da, ich weiß gar nicht, was du meinst. Bist du dir sicher? Digga, der Wind hinter mir her. Du tötest also meine Villager? Chill doch, Bruder. Du tötest also meine Villager? Ich geh nicht rein. Ja, was ist los? Was ist los? Du kannst nicht rein, du bist zu groß, ne? Ja, weg, Digga. Ah. Oha, Digga. Wie viel schlägt der? Schlag mich draußen mit dem anderen Iron Roller. Iron Golem versus Iron Golem, okay. Oha. Stark, Digga. Hier, als kleine Hilfe. Oha. Ich küsse doch dein Herz, hier. Aber jetzt musst du aufpassen, es wird dunkel. Ich muss doch scharf finden. Ich muss doch Bett machen, Digga. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen Paranoia, Digga. Schön, Mann. Okay, so. Yallah. Hä? 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 Ja, okay. Ich bin hier auf jeden Fall nicht sicher. Ah, Digga, Digga. Okay, Taman, was ist jetzt dein Plan, Berko, hä? Ich werde dir... Du wirst keinen Spaß haben. Ich muss jetzt auf jeden Fall in so einer Höhle ein paar Sachen finden, weil ich muss mir Amo bauen, Digga. Ich muss mir irgendwie jetzt so Rüstung bauen, weil ich habe echt keine Ahnung, ob ich das sonst so überleben... Hä? 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 Was ist los, Guseck? Hä? Äh! Trenn um dein Leben. Äh! Trenn um dein Zimmer! Entweder sterb ich oder du. Okay. Okay. Dein Doppelgänger. Dein Doppelgänger! Ja, Leute, so sehe ich halt von meiner Sicht aus. Da brennt einfach ganz der Wald stabil. Ich muss jetzt irgendwie, Digga, hier Ding finden. Oha, hier ist einfach Lava lang. Ich muss jetzt irgendwie, äh, Ding finden. Wie heißt es nochmal? Höhle, Digga. Ah! Digga, was ist das für eine scheiß Höhle? Hä? Digga, hier ist einfach gar nichts. Äh! Digga, guck mal den an. Der versucht mich zu flachsen, Digga. Was ist das, Norek? Was ist das für eine scheiß Höhle, Land? Oder wenn man irgendetwas nicht sucht, findet man es überall. Wenn man irgendetwas sucht, findet man es einfach nirgendswo. Guck mal hinter dir. Ah, noch nicht muss hier raus! Ah! Digga! Ah! Digga! Aua! Guck mal, ich hab Schwert, Digga. Du kannst nicht gegen mich gewinnen. Ah, ah! Wallah billah Höhle, ey! Okay, dann, der geht einfach, einfach auf da rein. Aua, ey, ey! Ich sterbe gleich! Ich sterbe gleich! Ey! Ich hab dir gesagt, ich würd's nicht einfach machen. Ja, Bruder, ich hab mich doch selber getötet, ja. Ah, nein! Ah! Ah! Digga! Ah! Digga! Da ist einer Villager drinnen. Ja, S***er geht! Oha! Ey! Oh, den, ich hab dich gefunden! Oh, Gott! Aha! Perko! Oh, du weißt nicht, Digga, irgend so ein Wichser, der hört sich an wie ich, Digga. Der hört sich genauso an wie ich, Digga, irgend so einer. Der, der, der ist verrückt, Digga. Ich bin das nicht, falls du das gewinnst, falls du denkst, ich war das, okay? Okay! Also, wo warst du die ganze Zeit? Ah, nein! Oh, Mut! Ne, ah! So, wer war? Okay, okay, Digga, okay. Ey, Digga! Chill mal, was macht der? Ja, okay, tamam, tamam, okay. So, wir versuchen jetzt auf jeden Fall ein Haus zu bauen. Einfach alles vom Villager an klauen. Beste Leben. Aua! Aua! Hä? Oh! Dankeschön! Hä? Okay, interessante Sachen passieren hier gerade. Ich war auch hier, Digga. Okay, safe. Hä? Okay, der ist nicht... Okay, ich glaube das nicht, dass Perko ist. Ah, nein, nein. Okay. Äh, so. Tamam, okay, tamam. Safe. Ich habe es verstanden. Scheiße Haus gebaut, aber egal. Aua. Tamam, tamam. Chill. Chill. Chill, hallo. Ich versuche es zu bauen. Geh mal weg, Digga. Ey, Digga. Was? Was? Oha. Dankeschön zu sein. Oha. Stabil. Alle, die... Digga. Ja, Haus ist halt scheiße geworden, aber egal. Was machst du, Digga? Chill mal, hallo. Oha. Oha. Einfach vorn mein Haus gibt es nicht mehr. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Eisen. Digga. Digga. Ah, 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 ah. Oder ich muss hier irgendwie raus, Digga. Bleib weg, Madag. Ah. Hey, hey. Hey! Robot. Ja, du hast mich auseinandergenommen. Aha. Gib mir deine Eisenrüstung, Cousin! Nein! So. Ich hab mir hier ein schönes Haus gebaut. So einen kleinen, schönen Haus. Ich hab auch von Berco lange nichts mehr gehört. Keine Ahnung was der gerade macht. Ich glaube der Typ hat einfach keinen Bock mehr. So, wir haben jetzt unsere Sachen. Okay, Freunde, er ist genau da Gib ihn!